Ich freue mich sehr, dass wir heute uns dem heiligen Josef anvertrauen dürfen und dass wir auch ein bleibendes Zeichen hier haben dürfen, nämlich eine Statue, die wir von den langmerzigen Schwestern aus der Gundendorfer Straße in Wien geschenkt bekommen haben. Heiliger Josef! Segne diese Statue des heiligen Josef! Gib, dass wir ihn nicht nur vor dieser Statue anrufen, sondern ihn auch nachahmen und so treue Zeugen deiner Wahrheit und Liebe werden. Heiliger Josef! Gottes heiliger Ratschluss hat dich zum Haupt- und Beschützer der heiligen Familie gestellt. Du bist der Patron und Behüter der heiligen Kirche. Mit der Weihe deines Bildes wollen wir uns deinen besonderen Schutz anvertrauen. Heiliger Josef! 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 Untertitelung des ZDF, 2020